In Frankfurt ist ein großer Knotenpunkt für die ganze Digitalverletzung und so weiter. Und das kann uns ja nicht alles so egal sein, dass wir in einem Land leben, das weltweit eine so üble Rolle spielt, die man jetzt auch in Israel sieht, aber auch in der Ukraine. Und dazu jetzt ein Lied. Das heißt, wir müssen Panzer jetzt stoppen. Wir könnten sagen, wir müssen, wie heißt der nochmal? Taurus. Wir müssen Taurus jetzt stoppen, können wir singen. Okay. Es gab ja früher mal diese gute Parole von wegen Kastner Schottern, das wäre längst angesagt jetzt auch für diese Bewegungen hier im Land. Wir müssen Panzer jetzt stoppen. Taurus. Wir müssen Taurus jetzt stoppen. Wir müssen Taurus jetzt stoppen. Taurus-Exporte aus Deutschland stoppen jetzt. Wir müssen Taurus jetzt stoppen. Wir müssen Taurus jetzt stoppen. Wir müssen Taurus jetzt stoppen. Taurus-Exporte aus Deutschland stoppen jetzt. Jetzt thực man hier wiederholen das immer und dann können wir nochmal die zweiten Hälfte mal mit singen, wenn der Lust hat und das Erste halt unten kriegen. Wir fordern Airbase, jetzt schließen! Wir fordern Bomben raus aus Büchel Atombomben raus aus Büchel Atombomben raus aus Büchel Atombomben raus aus Büchel Atombomben raus aus Büchel Wir fordern Bomben jetzt vernichten Wir fordern Bomben jetzt vernichten Atombomben jetzt vernichten Atombomben vernichten Wir fordern Bomben jetzt vernichten Wir fordern Wir fordern NATO Jetzt raus hier Wir fordern Jetzt raus hier Wir fordern NATO Jetzt raus hier Wir fordern NATO raus aus Deutschland Wir fordern raus aus Deutschland endlich raus Wir fordern raus aus der NATO Wir fordern Aus Aus der NATO Wir fordern Deutschland endlich aus der NATO близ Maxwell